Brenniss Malkin, Ivan Likantrofi, das erste Spiel gegen Schweden gewonnen, mit 3 zu 2. Bist du überraschend? Ja, überraschend, wieso überraschend? Ganz am Anfang, das erste Drittel sind wir nicht so reinkommen, aber dann haben wir uns immer gesteigert und gesteigert. Und dann sind wir einfach besser als Schweden, denke ich. Wir haben mit den Blockschützen und Goals gemacht. Ja, und die vielen Boxen, die wir überstehen haben, sind eigentlich besser gewesen. Wie hattet ihr das Gefühl, dass beim ersten, dritten Drittel ist nur ein zweifel, dass es etwa das Schweden sind und dann im zweiten Drittel ist es ganz anders. Nein, ich denke, es war Anfang der Saison. Und ja, das erste Spiel, das erste 5 Minuten, also 20, dachte ich, ich müsse ein wenig... Also nicht rumschauen, einfach ein wenig reinkommen ins Spiel. Und dann beim zweiten, dritten haben wir einfach gesagt, ja, jetzt gehen wir raus und es lohnt sich wieder. Das erste Ball von dir war, dass es ein schönes Spiel war. Es war ein schönes Spiel. Es war ein schönes Spiel. Wie hast du das gesehen? Nein, es war ein super Partner. Es war ein super Pass. Und dann der Fiala hat mich dort durchgelassen. Ich musste nur noch einen Schuss anzeigen und dann das Goal machen. Ein super Partner. Das ganze Team ist einfach geil, ja. In England war es auch sehr gut, vor allem in den letzten 10 Minuten des Spiels. Es war, wir haben vom Schweizer Ritual innen gesehen. Dort haben wir auch im Spiel innen gebacken. Ja, der Goal ist tiptop heute gewesen. Ja, ein rieses Kompliment an Goal. Und ja, das ganze Team hat einfach gefightet und wir haben einfach das eingeweiht. Bitte für mich. Bitte für mich. Merci. Bitte für mich. 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 Viger, Dott. Ich bin jetzt auch schon business couldst Ellenisy 결chen. Bitte für mich.